hier leider nur einige gameplays immer mal aufnehmen und euch zeigen und nicht let's playen weil ich den das save game nicht mehr zurücksetzen kann und schon bei level ich weiß gar nicht 15 kann er sein level 15 bin und so wie es gerade aussieht verträgt sich die crew nicht so ganz mit fraps es gibt die gerade kurz ruckler dann muss ich aber dann noch mal schauen ich denke das geht für das erste braucht sich nur braucht nur so eine eingewöhnungszeit und ja bevor ich mal kurz irgendwas über mich sage ich habe jetzt hier in the crew schon eine mission